bonas dias liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute mit einem spoiler für patch 10.2 deswegen ich sage es euch gleich wenn ihr nicht gespoilert werden wollt was die story angeht dann schaltet jetzt am besten ab natürlich ist es immer schöner wenn möglichst viele leute meine videos gucken aber in dem fall möchte ich euch darauf hinweisen ich werde auch keine bilder oder keine andeutung in der in der headline verwenden und so weiter und so fort ich versuche das so neutral wie möglich zu halten damit ihr nicht wisst um welche figur und so weiter und so fort es geht jetzt habe ich lang genug um den heißen brei geredet wer jetzt noch dran dran bleibt der ist selbst schuld und zwar geht es um einen wie es aussieht ziemlich starken gesinnungswechsel eines aktuellen feindes in patch 10.2 auf dem ptr ist nämlich ein neuer buff aufgetaucht der sich eigentlich an die drachen aspekte oder ehemaligen drachen aspekte richtet der aber darauf aufschluss gibt dass scheinbar einer der inkarnationen die seiten wechselt wer ein bisschen aufgepasst hat im aktuellen addon wird wahrscheinlich wissen um wen es sich handelt aber wir gucken noch mal rein und zwar gibt es am ende des patches ein spell der heißt the great dragons es war normalerweise so dass der ursprüngliche weltenbaum macht von den drachen aspekten bekommen hat zumindest wenn ich mich recht im sinne teldrassil hatten alle ihre powers reingesteckt außer malikos und deathwing ich hoffe ich verwechsel es nicht mit nordrassil ich meine es war gewesen und nordrassil waren es nur alexstraza und isera und nostormu nicht irgendwie sowas ich hoffe ich habe es nicht vertauscht aber es müsste richtig sein weil dadurch dass nostormu in teldrassil reingebuttert hat haben die nachtelfen ihre unsterblichkeit bekommen und sobald ist ja auch egal es wurde spekuliert ob dieser neue weltenbaum in patch 10.2 dann auch wieder einen segen der aspekte bekommt obwohl es ja eigentlich keine aspekte mehr sind und tatsächlich gibt es einen buff aber der zeigt dass nicht die drachen ihre kräfte dem baum verleihen sondern der baum den drachen kraft gibt und hier steht nämlich drin alexstraza kalegos und ganz wichtig hyranoth ibisian nostormu und meritra arrive to receive the blessing of amirdrassil also alexstraza roter drachenschwarm kalegos blauer schwarm ibisian schwarzer nostormu bronze merithra grüner drachenschwarm und eben viranoth von den inkarnationen erscheinen um die gabe von amirdrassil zu empfangen sehr sehr interessant dass scheinbar viranoth die sich ja zum beispiel in dem 10.1.7 cinematic auch so ein bisschen gegen firek gestellt hat sich scheinbar den aspekten anschließt da ist es halt alles noch sehr in der schwebe aber es sieht zumindest so aus wir gucken gleich noch mal auf so ein paar weitere indizien aber was ich mir gut vorstellen könnte ist dass sie jetzt kein zusätzlicher aspekt wird oder vielleicht doch ein aspekt der ja primalistischen drachen die in ihrer urform weiterleben wollen aber sich nicht gegen die aspekte wenden da gibt es ja scheinbar dann auch ein paar die nicht so extrem unterwegs sind wie beispielsweise iridikron und es sieht so aus als würden die aspekte ihre powers durch diesen buff wiederbekommen denn es ist ja noch ein paar bilddateien aufgetaucht wodurch so sehen die drachen vorher aus jetzt anhand des beispiels und nach dem buff haben sie so ein leichtes glow up in den augen weswegen spekuliert wird dass sie wieder zu vollwertigen aspekten werden und durch den baum der sich eventuell dann wieder in azaroth manifestiert ihre aspektkräfte zurückbekommen finde ich sehr sehr interessant viranoth wie gesagt ist eine der vier inkarnationen und das war bisher die dame die ja so ein bisschen vernünftig noch schien also immer so ein bisschen geheimnisvoll aber während iridikron so ein bisschen das mastermind war anführer der gruppe raza geth ist ja schon gleich am anfang weggerippt und firec ist sagen wir es mal so der doofe raufbold hat sie schon immer so ein bisschen durchblicken lassen dass sie zum beispiel mit dem wie firec gehandelt hat nicht ganz einverstanden war und es gibt eine sehr sehr lange hintergrund geschichte dazu habe ich mir auch mal durchgelesen sie hat eine vergangenheit mit alex strazer und so weiter und so fort da gab es im patch 10.1.5 dann diese cutscene wo sie mit alex strazer geredet hat wo sie auch auf das titanen gefängnis eingeht und so weiter und so fort also scheinbar wechselt sie die seiten was genau am ende passiert ich bin sehr sehr gespannt aber ich muss sagen die story bis hierhin von dragonflight gefällt mir ziemlich ziemlich gut und auch das hat potenzial ziemlich nice zu werden hält auf jeden fall für die zukunft noch einiges breit sagen wir es mal so dass es definitiv mehr als man von shadowlands beispielsweise behaupten kann damit auf jeden fall dank an euch fürs zusehen schreibt gerne mal in die kommentare wie ihr diese wendung finden würdet und damit dank fürs zusehen bis zum nächsten video und reingehauen